Hallo und willkommen zurück hier zu Tiny Tina's Wonderlands. Mit dem Ralf in der letzten Folge haben wir einem Dämonen geholfen, einen neuen Wirt zu finden. Ob uns das noch irgendwie irgendwo ins Knie schießen wird, das werden wir dann noch sehen. Wir sind wie immer noch im Prachthof. Für mich ist es wieder ein bisschen vergangen, kam jetzt wieder nichts dazu aufzunehmen, aber heute ist Feiertag. Deshalb ballern. Wo war ich? Stimmt. Ich wollte die Lager zerstören. Wohin? In die Oberwelt? Ich lauf da nicht. So. Geh nimmer in die Oberwelt, wenn das da ist. Ach, das ist diese Lager. Äh, so? Ich kann die nicht verwenden. Das ist komisch. Überfall. Das ist blöd. Leg dich nicht mit der besten Art. Dö, 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 dö. Ne, ne, ne. Klatsch. Kenn ich schon. Aber stimmt, ich muss es aufnehmen. Das macht sonst mein Ding voll. Ach da. Da drüben haben wir einen Verlierer. Ich bin mir zwei geblieben. Hm. Gut. Gut. Hat er gut gemacht. Den letzten hat er gekillt. Nichts gescheites. Ah. Jetzt kann ich rein. Also, ich bin ein Nein, das wird vielleicht so richtig Fächer. Wär du? Wie soll ich nur weiter warten, ohne... ...2 Stunden, ohne Habe und so? Was war das? Ey, nicht springen. Tja, das wird genau wie erwartet. Mich hält niemand aus. Hm. Ich habe immer noch nicht den Platz. Schade. Ja, kommt. Zum Verkaufen. Wir haben Level. Das war das nochmal? Oh. Und reserve ein Backup, sozusagen. Wo wollten wir denn weiter rein? Trittschaden, Max, Leben. Die Chance wollte ich steigern. Genau. Du hast die Trottel vertrieben. Die Trottel. Dum 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 dum. Jetzt kann ich hier rein. Da war das vorher ein kleiner Bug. Nee, nee, mir geben. Oh nein, wir beschwunden. Was soll ich nur tun? Wow. Mal an. Das ist etwas, das sich wie Magie anfühlt, aber keine ist. Kanonen. Ja. Da gebe ich dir recht. Aber hier ein Knall mit der, mit der, ähm, Schwerteschaune zu verachten. Oh, das ist neu. Oh, Lila. Oh, Lila. Die Lochmacher aus Gründen, die bald auch... Ich hab' ihm gezeigt, wie man das macht. So, was war das jetzt? Eine Rüstung. Ui. Oh, ja. Das ist besser. Die Mächte des Bösen haben keine Chance gegen dich. Weiß ich, sind ja auch alle schlecht. Ja, hochkommen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, mal klatschen. Ein Racker. Oh, ja. Äh, hopp. Ich rufe dich, Hydra. Geh. Geh. Geht, ist tot. Ich weiß, aber... Hm. Hast du ein bisschen zu einfach. Der Zauber ist bereit. Hm. Hm. Dahl, Dahl, Dahl. Ist schlechter. Auch schlechter. Verdammt. Mein Ritterpraktikant wartet am Waldrand mit einer Belohnung auf dich. Wenn er denn noch lebt. Oh. Belohnung. Ah, macht der das Tolles auf? Hier drüben. Oh, du hast es den Bösewichten gründlich gezeigt. Halladin Mike hat mich autorisiert, die königliche Reserve zu öffnen. Keine Ahnung, was drin ist. Liegt über meiner Besoldungsstufe. Jawohl. Oh. Hallo? Ein echter Held. Ja, das will ich doch meinen. Du bist dein Schreinteil? Du bist dein Schreinteil? Du kriegst dein Schreinteil. Nummer drei von vier. Sehr gut. Es ist nur diese eine Höhle, wenn ich noch nicht reinkomme. Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst drängte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Prachthof. Der Sitz des Adamant-Tods. Dö, 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 dö. Den Manni. Hm. Ja. Dann haben wir jetzt nix mehr aktuell. Dann gehen wir mal zum Barden. Der gute alte Barde. Der muss ja unser Schiff noch segnen. Sonst können wir nicht reisen. So. Jude Dach. Und. Warte. Äh. Warte. Naja. Egal. Egal. Ich weiß, wohin. Aber erst. Können wir uns hier was kaufen. Okay, ich verkaufe erst mal zurück. Dann komme ich nochmal her. Vielleicht habe ich dann noch ein paar Groschen, dass es für was anderes reicht. Außer die, ähm... Das eigentlich... Ja, das ist ein Maschinengewehr. Wie steht diese Maschinengewehr? Ohne die Königin ist das Leben einfach nicht dasselbe. Wen soll ich jetzt abbeten? Die alten Götter? Die kannst du ja mal voll vergessen. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Unser Wahl mit... Verstärker... Muss ich mal gucken. Komm... eigentlich ein neues artefakt das können wir nehmen und das stärker viel stärker hat aber weniger 120 prozent weniger krit schaden das ist aber ja duf minus 120 plus 20 also 100 prozent weniger doch aber das hat ein bonus und 7,5 mit jedem streffer probieren muss man aus moment ich alles komisch aus wir gehen noch kurz hierhin nämlich genau dahin hast du noch was aufgesammelt hat die voll eine linge und ja hmm das besser jetzt haben wir 78.000 mich betet mich an 81 shotgun 81 sniper habe ich keine nutze ich gerade nicht smg nutze ich gerade auch nicht wird sie gerade eher das hier aber aber machen wir mal so übersatz wird es noch grün geht mir verspielt mich eh nie es kann mal vorkommen je nachdem was ich kriege immer gerade schlecht aus los geht's zum baden ok knappe 400 schutz das ist doch mal gut da haben wir boah fast 800 guten tag mein werter bade das knacken das hier drüben du bist mutiger als ich dachte wieso beschmutzen alle den guten namen des guten schiffs balsange weil es einfach nur schrott ist nein deine oberwichtigen regeln sind einfach nur schrott ich sehe das problem deine gruppe ist gespalten bei dieser stimmung kann ich kein schiff segnen wir brauchen eine jump session gib mir den beat wui stepp uns check da hat alle beschissene gefühle in musik aus jawoll fred valentine spielt gern bankers und badasses um sich dein held zu fühlen er bricht auch mal die regeln um spaß zu haben hör zu valentine ich will dir nicht den spaß verderben aber ich liebe bankers und badasses wegen der regeln denk doch mal drüber nach in der realen welt passiert alles ohne grund hier weiß ich wie alles funktioniert das ist entspannend ja ja jetzt die akkorde mit der magie scheißer machen wir jetzt den band auf ich komm ich schätze ich spiele es auch zur entspannung da draußen handle ich mich von job zu job muss auf den treibstoff für unser raumschiff achten und bla 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 aber hier habe ich einen zweck ich bekomme ein neues schiff eine ehrenwerte quest und die chance ein held zu sein statt nur der idiot der unser raumschiff kaputt geflogen hat was soll dieser ganze kumbaya scheiß wir haben es hast nur ein zweckloch wir brauchen etwas dingeling dingeling an dem dicksbums dingeling an dem dicksbums dingeling an dem dicksbums die glocke es reicht mehr fred ich schwöre dass ich versuche wenig mehr auf die regel zu achten danke und ich schwöre dir zu helfen diese quest abzuschließen und das gute schiff bald dann hier vor schaden zu bewahren ich erkläre diese heroische gruppe als UNGESPÄNT zum knuffeschüpp hm Ja, ja, ja. So funktioniert der Tauber aber nicht. Wot? Das ist grad stumm. Wot der Schitt. So ein Feuerball, Junge. Ähm, ähm, bye, bye, fliehen hat da keinen Sinn mehr. Scheiße. Ich hab da was im Gesicht. Äh. Der schändliche Ozean wurde endlich besiegt. Unsere fallen ausgearbeitete Story voller spannender Charaktere geht weiter. Äh, ich fühle mich verarscht. Ich mochte das Ding sowieso nie. Ah, aber Meeresfrüchte werden mir fehlen. Das gute Schiff Balsania hat ihre letzte Fahrt hinter sich. Ruhe in Frieden, gutes Mädchen. Ruhe in Frieden. Hm, wenn der gesamte Ozean weg ist, können wir dann nicht einfach zur Pyramide des Dragonlords laufen? Oh yeah, aber sowas von. Aber, auch wenn da kein Wasser mehr ist, lauern immer noch, ähm, leicht feuchte Gefahren auf euch. Mhm. Sekundärklasse freigeschaltet. Oh, nice. Rufe den Skillbildschirm auf und rüste eine der verbleibenden Charakterklassen aus. Multiklasse. Geil. Hm. 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 Und der Klasse W. Hmm, gehen wir mehr in die Magie? Hmm. Ne, das machen wir auf jeden Fall nicht. Wir sind keine Totenbeschwörer. Hmm. Pilzlinge? Hmm. Muss ich mich da entscheiden, entweder oder? Oder kann ich jetzt den Ryron und den Pilzling mitnehmen, die für mich kämpfen? Hmm. 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 Assassine? Ne. Was sagt er? Ne. Ich probiere das mal. Sporenhüter. Wir haben jetzt einen Ryron und einen Pilzgefährte. Das ist doch geil. Bleib aber bei der Aktivfähigkeit. Ich glaube, ich muss mich von einer von denen entscheiden. Bam. Bleib ich bei dem. Was haben wir hier? Ja. Ich habe zwei Skillpunkte. Machen wir hier ein und hier ein. Und das machen wir auch auf Stufe. Also ich besiehre 20 bei den beiden Pferden hier an. Wie rum ist ja mal egal. Jawohl, Pilzgefährte. Und Ryron. Jawohl. Das ist geil. Du bist immer da, wenn ich was Weiches und Flätteriges brauche. Das ist irgendwie eklig. Mit dem Ryron kann ich nicht interagieren. Hmm. Hey, Talk, was gibt's? Ich hoffe, die Königin macht ihre Sprünge auf dem Schlägenbogen im Himmel. Ich hoffe, die Königin macht ihre Sprünge auf dem Schlägenbogen im Himmel. Na gut. Hmm. Hmm. Das hat jetzt zu keiner neuen Quest hier geführt. Wir haben jetzt einen ganz neuen Bereich hier. Kommen wir vielleicht so hier unten rein? So ein Tunnel? Hmm. Maybe. Maybe not. Aber das erkunden wir es in der nächsten Folge. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis der Like und Subscribe und der Welt wird da noch mal lassen. Und wenn ihr es noch nicht schönes getan habt, den Notation-Black aktivieren. Das tut, was ihr immer von uns sehen wollt. Ihr könnt euch YouTube nicht benachrichtigen, was von WhatsApp geht. Es ist doch den Twitter-Account, für den ihr mir einen Followerin drücken könnt. Und einsteigen könnt, dass alle Videos angezeigt werden. Wir haben sich bis zur nächsten Folge. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.